Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Ja, wie gesagt, er heißt einfach nur Elia, dieser Vortrag. Matthäus 17, Vers 11 Also ist das ein buchstäblicher Elia oder ist das eine Botschaft, die all die alten zertrümmerten Mauern wieder aufrichtet? Es gab natürlich verschiedene Elias in der Bibel. Der erste Elia, erste Könige 18, 17 bis 18 Also der Arme Elia scheint ein Problemkind für die Welt zu sein. Aber er sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und dein Haus, deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Balen nachgefolgt bist. Also die Elia-Botschaft, die hier gebracht wird, ist, dass das Volk zurückkehren muss zum Gehorsam, zum Gehorsam Gott gegenüber. Denn Ahab hatte natürlich die Tochter Edbals von den Sidoniern geheiratet und sie führte das ganze Volk in Balanbetung. Und dann gab es diese gewaltige dreieinhalbjährige Trockenheit und die ist natürlich auch symbolisch für eine bestimmte Zeit. Und wenn wir das prophetische Zeit machen, dann ist es diese Zeit des mitteralterlichen Glaubens, wo die Bibel unterdrückt wurde. Und nach dieser Zeit, nach den dreieinhalb Jahren, erscheint dieser Elia und bringt diese gewaltige Botschaft und krempelt ganz Israel um. Und die Geister trennen sich. Sie müssen wählen, entweder Bal oder Javeh. Und wir haben zwei Gottesdienste oder Arten von Anbetung, die da beschrieben werden. Der Elia mit seiner Einfachkeit und direkten Beziehung zu Gott, ein ganz einfaches Gebet. Der Altar, die Steine, alles wird vom Himmel aus verschlungen in Antwort auf seinem Gebet. Und die anderen viel Krach, viel Tanzen und Zenober. Und Elia, er spottet auch so ein bisschen. Den Elia, den muss man so nehmen, wie er da ist. Und dann kam da auch noch ein zweiter Elia. Und von dem lesen wir in Matthäus 3, Vers 1 bis 3. In jeden Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich, der Himmel ist nahe herabgekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufendes, ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er ruft auch zur Buße. Das Gesetz ist auch Mittelpunkt seiner Predigten. Er redet zu den Königen und sagt, es ist nicht gerecht, was ihr macht. Die Frau, die du hast, ist nicht deine. Er spricht ein Gebot an. Er verliert den Kopf dadurch, das stimmt. Die Rolle des Johannes des Täufers. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn dem Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Sagt es alle? Nein, es sagt viele, aber es sagt nicht alle, viele werden sich freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Ganz wichtiger Satz. Er lebt anders, er isst anders. Und ich glaube, die Menschen haben ihn vielleicht so ein bisschen komisch angeschaut. Seine Ernährung besteht aus Karobbohnen. Und das war ja auch schon in der Geschichte des verlorenen Sohnes der Fall. Das war das, was die armen Leute gegessen haben oder was als Schweinefutter gebraucht wurde. Und er ist erfüllt worden, schon vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist. Also von ganz früh, von seiner Geburt an, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Antitypisch ist das sehr wichtig. Viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, zurückführen. Alle? Nein, viele. Er wird vor ihnen hergehen im Geist und der Kraft Elias. Also die gleiche Botschaft, die Elias brachte. Diese Botschaft bringt der erste Antitypus, Johannes den Täufer. Er bringt die Leute zurück zur Gerechtigkeit, zurück zum Gehorsam Gott gegenüber. Er hat einen anderen Lebensstil als die anderen. Und er verkündigt das Kommen Christi, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsam zur Gesinnung der Gerechten und dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also die Aufgabe dieses ersten Antitypus ist, um ein Volk vorzubereiten für das Kommen Christi. Das erste Kommen. Wie viel mehr müsste da ein weiterer Antitypus kommen, der das Volk vorbereitet auf das zweite Kommen Christi? Denn hier haben wir es zu tun mit dem lokalen und jetzt wird es übertragen auf dem internationalen Bereich. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um einem Volk Erkenntnis des Heils zu geben. Also hier geht es um die Heilslehre, Erlösung, wie das vor sich geht. Nirgends in der Welt ist da mehr Verwirrung über die Heilslehre, als was wir es heute haben. Es ist chaotisch. Einige sagen, das Gesetz ist weg. Andere sagen, das Gesetz ist da, aber wir brauchen nur Teile des Gesetzes halten. Andere sagen wieder was ganz anderes. Man braucht nur Glauben, jeder Weg geht. Es ist ein totaler Chaos. Wir brauchen einen Elias, die ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Sünden ist die Übertretung des Gesetzes. Und der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Es scheint mir in der Endzeit, ist da eine mega Verwirrung. Und jemand ist nötig, um den Weg zu zeigen. Und Gott in seiner Güte wird einen antitypischen Elias rufen, um genau das zu tun. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Also wenn wir Frieden suchen, dann suchen wir Gehorsamheit des Gesetzes gegenüber. So, dann hatten wir einen ersten Elias, wir hatten einen ersten Antitypus, und es kommt noch ein letzter. Denn Jesus sagt, vor dem er wiederkommt, kommt da noch einer, ein Elias, noch so eine Botschaft, um die letzte Arbeit zu tun und diese Verwirrung aufzuheben. Und dann haben wir noch einen Antitypus, eine faszinierende Geschichte, die mit diesem Ganzen zusammenhängt. Und das ist die Geschichte von Josia, ein Antitypus der letzten Reform. Und diese drei Geschichten laufen parallel und wir können uns die Eigenschaften der Botschaft hier herausholen. Jetzt, wir haben gesehen, Johannes der Täufer war gefüllt vom Heiligen Geist von ganz Anfang an. Hier haben wir auch die letzte große Bewegung, die Gott erlaubte im Volk Israel, um das Volk aufzuwecken. Nach dieser Geschichte ging es rapide bergab, bis das Jerusalem zerstört wurde. Das war die letzte Bewegung vor der typischen Zerstörung Jerusalems. Und dieser König, Josia, der wurde durch die Propheten 300 Jahre vor seiner Geburt beim Namen genannt. Er war acht Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, eine Tochter Adaias von Boskat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in allen Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Und im 18. Jahr der Regierung des König Josias sandte der König den Schafan, den Sohn Asalias des Sohnes Meshussalems, den Schreiber in das Haus des Herrn und sprach, gehen auf zu Hilkia, dem hohen Priester, er soll das Geld bereitstellen, das zum Haus des Herrn gebracht worden ist und die Hüter der Schwelle vom Volk gesammelt haben. 18 Jahre regierte er, als er das tat. Wir werden gleich sehen, dass er noch viel jünger war, als er anfing, um Jerusalem zu säubern von dem, was verkehrt war. Also hier war er knapp 26 Jahre alt. Da hatte er schon aufgeräumt. Josia heißt Ja gegründet. Gegründet. Also von Ja, von Gott selber gegründet. Und Jedida, geliebter. Und Adaya, Ja hat geschmückt. Also es ist ein herrlicher Vergleich. Damit man es den Werkmeistern gebe, die am Haus des Herrn die Arbeit beaufsichten. Sie sollen es den Arbeitern am Haus des Herrn geben, damit sie die Schäden am Haus ausbessern. Typologisch, die Wahrheit muss wieder aufgerichtet werden. Nämlich Handwerkern und Bauleuten und Maurern, Holz und so weiter. Doch soll man nicht abbrechen mit ihnen wegen des Geldes, das ihnen in die Hand gegeben wird, denn sie handeln treu. Das sind Beschreibungen des Charakters derjenigen, die beteiligt sind am Werk. Sie müssen nicht falsch sein. Man muss Vertrauen in ihnen haben. Man kann ihnen das Geld zum Bauen anvertrauen. Typologisch denken. Wir denken jetzt nicht mehr im Buchstäblichen, sondern im Antitypischen. Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Es scheint mir, das Buch war verloren gegangen. Und so im Antitypus auch. Das Wort Gottes ist versiegt, ist verschwunden in einem, wie sagt man, ein Maze, ein Irrgarten in der Welt heutzutage. Und hier wird das Buch gefunden. Dieses Buch. Und es wird gefunden im Haus des Herrn. Eine wunderbare Entdeckung. Die Bibel soll wieder zu ihrem Recht kommen. Dann berichtete Schafan der Schreiber dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Dieser Antitypus zeigt darauf hin, dass die letzte große Erweckung auch so eine Erweckung ist. Und wenn wir entdecken, was das Buch, diese Bibel uns eigentlich lehrt, dann können wir auch unsere Kleider zerreißen und sagen, wo sind wir denn? Wir sind so weit entfernt. Geht hin, sagt er, befragt den Herrn für mich und das Volk, für der ganz Judah, wegen der Worte dieses Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der gegen uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht auf die Worte dieses Buches gehört haben. Und so wird es in der Endzeit auch sein. Believer's Bible Commentary, das ist ein ganz normales Kommentar, schreibt von diesem König, 31 Jahre lang König in Judäa, Regierung war die letzte Reform-Ära im Königreich Judah. Die letzte. Und so ist es ein Typus von der letzten Reform, die kommt vor der Wiederkunft Jesu. Sie brauchten keine Rechenschaft geben für die Gelder, es waren vertrauenswürdige Menschen. Und es ist faszinierend, dass sie geschickt wurden zu einer Prophetin, Hulda, die Frau des Schalum. Der Prophet zur damaligen Zeit, der da lebte in dieser Zeit, war der Prophet Jeremia. Aber er war wahrscheinlich nicht da oder aus welchem Grund, schickte er sie zu der Prophetin Hulda. Und sie sagte, so spricht der Herr, der Gott Israels, sag dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. Sie hat doch gewusst, dass es der König ist. Aber sie hat nicht 20.000 verbeugt, Zeigungen gemacht. Sie hat ihn gleichgestellt mit dem Rest des Volkes. Sag dem Mann, weil sie mich verlassen haben und andere Göttern Rauchopfer dargebracht haben, wird mein Zorn kommen. Aber weil du dein Herz vollkommen dem Herrn übergeben hast, soll es nicht zu deiner Zeit kommen. Die Beamten, sagt Believers Bible Commentary, gingen dahin, die im zweiten Bezirk in Jerusalem wohnen und dass Judah bald dieses Problem erfinden würde, die gedemütigt werden sollen und dass er in Frieden in sein Grab geben wird. Aber es ist nicht so passiert, denn die Prophezeiungen sind bedingt auf bestimmten Dingen. Wesley schreibt, das originale Gesetzbuch des Herrn, geschrieben oder gegeben von Mose, das nach Gottes Gebot neben der Bundeslage lag und wahrscheinlich von dort weggenommen und von einem fürsorgerlichen, gottesfürchtigen Priester verborgen, als einer der götzendienerischen jüdischen Könige den wahren Glauben verfolgte, den Tempel verunstaltete und was die jüdischen Schreiber bestätigen, alle auffindbaren Abschriften von Gottes Gesetz verbrannte. Also Gottes Buch war gar nicht mehr vorhanden. Es war gar nicht mehr vorhanden und hier finden sie eins. Es wurde nun zwischen dem Gerümmel oder an einem geheimen Platz wiedergefunden und was für eine Fügung, dass es bis jetzt erhalten war. Ja, was für ein Vorsehen, dass das ganze Buch Gottes auch uns erhalten ist. Wären die heiligen Schriften nicht von Gott, wären sie heute nicht mehr da. Das ist eines der größten Beweise, dass die Bibel von Gott sein muss. Und er hat ja so versucht, um dieses Wort zu vernichten. Es war ein leuchtendes Beispiel von Gottes Wohlwollen, dass das Gesetzbuch zur rechten Zeit ans Licht kam, um die wunderbare von Joas begonnene Reformation zu lenken und zu beleben. Heute haben wir ja die Bibel, aber es scheint in dieser Verwirrung dass die Bibel fast genauso verloren gegangen ist als damals. Es brauchte also etwas Neues. Man musste entdecken, was sagt denn die Bibel eigentlich? Worum geht denn die Lehre? Wie bereiten wir den Weg vor? Zweiter König 22, 18 bis 20 zu dem König von Judah aber, der euch gesandt hat, um des Herrn zu befragen, sollt ihr reden, so spricht der Herr, was die Worte betrifft, die du gehört hast. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich von dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich gegen diesen Ort und seine Einwohner geredet habe, sollst du nicht diesen Fluch ernten. Propheten und Könige sagt, der König musste die Ereignisse der Zukunft Gott anheimstellen. Er konnte die ewigen Ratschlüsse des Herrn nicht ändern. Mit der Ankündigung der göttlichen Strafgerichte hatte der Herr jedoch die Möglichkeit zu Buße und Reform nicht aufgehoben. Und genau so ist es heute. Die Möglichkeit für Buße, die Möglichkeit für Reform besteht heute auch noch. Und hier ist Gottes Chronik von Josias, wahrscheinlich eins der schönsten über einen König von Israel. Zweite Chroniker 34, 3 bis 8. Denn im achten Jahr seiner Königsherrschaft, wie alt war er? 16 Jahre alt? Für ein junger Bursche. Im achten Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, die Bibel tut noch einen Stempel drauf, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen und im zwölften Jahr, wie alt war er da? 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Fing er an, Judah und Jerusalem von den Höhen und den Aschera-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. 20 Jahre alt. Und er sagt, räum auf. Räum auf. Dieser Schrott muss hier raus. Wiederum ein Typus einer jungen Bewegung. Johannes der Täufer von Jung an, von Geburt an, vom Heiligen Geist gefüllt. Hier ein junger Mann, junges Kind, vom Heiligen Geist gefüllt. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ab. Stand dabei. Nicht nur Befehl gegeben, hat auch sicher gemacht, dass es passiert. Ich will sehen, dass es hier passiert. Und hieb die Sollensäulen um. Und all die gegossenen Götzen, er ließ sie alle rausholen, er zermaltot sie. Ebenso machte er es in den Städten von Manasseh, Ephraim und Simeon bis nach Naphtalines. Das ist eine interessante Typologie, das ist nicht sein Gebiet. Er räumt auf, sogar da, wo sein Königreich nicht hinreicht. Typologisch, es ist ein Prozess, der weltweit aufräumen wird. Und als er die Altäre und die Aschera-Standbilder abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalt und alle Sonnensäulen im ganzen Land Israel abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Im 18. Jahr seiner Königherrschaft, da ließ er das Haus wieder aufbauen. Seines Gottes ließ er ausbessern. Also die Mauern müssen wieder aufgerichtet werden. Man muss erst den Schrott entfernen, vor dem man wieder neu aufbauen kann. Das ist doch logisch. Und das ist der Typus, von was am Ende der Zeit passieren muss. Dann gebot der König dem ganzen Volk und sprach, feiert dem Herrn, eurem Gott, das Passa, wie es in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Für wahr kein solches Passa, war gehalten worden seit der Zeit der Richter. Und wofür steht das Passa fest? Das Lamm Gottes, das für uns gegeben ist. Eine christozentrische Botschaft wird wieder in die Welt gelegt. Eine Botschaft der Gerechtigkeit Christi. Die muss wieder aufgerichtet werden. Also eine ganz wichtige Botschaft. Heute reden viele von der Gerechtigkeit Christi, aber von Gerechtigkeit ist da keine Rede, es ist rein Gnade. Ein gerechter Gott hat auch Richtlinien, nach denen gerecht gehandelt wird. Der Elia, der erste Elia, der zeigt aufs Gebot. Der zweite Elia, der zeigt aufs Gebot. Der Antitypus hier in der letzten Bewegung, um die Wahrheit wieder eine Chance zu geben, zeigt auf die Gerechtigkeit Christi und die wiederum zeigt nach dem Gesetz. Da sandte der König hin und ließ alle Ältesten von Judah und Jerusalem zu sich versammeln. Und der König ging hinaus in das Haus des Herrn und alle Männer von Judah und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, auch die Priester und die Propheten und das ganze Volk klein und groß. Alle. Es ist eine Bewegung, die alle einschließt. Jeder ist beteiligt. Man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundes. Sie mussten es hören. Also worum geht es in der letzten Reform? Die Bibel. Was sagt die Bibel? Wir müssen das wieder aufrichten, was in der Bibel steht. Zweiter König 23, 1 bis 7. Der König aber trat auf das Podium und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln, seine Gebote, seine Zeugnisse, seine Satzungen befolgen. Muss das Teil sein der letzten Reform? Ja oder nein? Muss doch sein. Sollten vom ganzen Herzen und von ganzer Seele um die Worte dieses Buches auszuführen? Zurück zur Bibel und die Bibel allein. Und das ganze Volk trat in den Bund. Und der König gebot dem hohen Priester Hilgier und den Priestern der zweiten Ordnung und den Hütern der Schwelle aus der Tempelhalle des Herrn alle Geräte entfernen sollten, die man dem Baal und den Aschera und den ganzen Heer des Himmels gemacht hatte und verbrannte sie draußen vor Jerusalem auf den Feldern des Tales Kidron. Es ist ein Aufräumen und ich bin ganz sicher, dass sich einige da schrecklich aufgeregt haben. Meint ihr nicht? Ich denke auch. Er beseitigte die Götzenpriester, die die Könige von Juna eingesetzt hatten. Jetzt wird es ja noch schlimmer. Jetzt müssen diese Priester weg. Und dann er ließ sich die Aschera Standbild aus dem Haus des Herrn hinausbringen außerhalb von Jerusalem ins Tal Kidron und verbrannte es im Tal Kidron. Er brach die Häuser der Tempelhuren ab. Er hat aufgeräumt. Ebenso auch den Altar in Beth El, auch außerhalb seinem Gebiet. Und der Höhe, die Robam erbaut hatte, der Sohn Nabatz, der Israel zur Sünde geführt hatte und wo der Prophet damals gesagt hat, es kommt einer, ein Junger namens Josia, der, der wird hier aufräumen. Diese falsche Leere, die wird verschwinden. Und er verbrannte die Höhe und zermalmte zu Staub und verbrannte die Aschera Standbild. Und Josia sah um und erblickte die Gräber, die dort auf dem Berg waren und sammte hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern nehmen und verbrannte sie auf dem Altar. Er machte ganz sicher, dass die Leute wussten, was hier bei Jerobam vor sich ging, war Abtrünnigkeit und wir müssen die Wege gerade machen für Christus, der Wiederkommt. Und dann schaut er und dann sieht er das Grabmal des Propheten, der 300 Jahre vorher gezeugt hatte, was ist das für ein Grabmal, das ich hier sehe? Da sprachen die Leute der Stadt zu ihm, es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Judah kam und diese Dinge, die du getan hast gegen den Altar von Bethel ankündigte. Und so ließ er das Grab und die Beine des Propheten. 300 Jahre, stellt euch das vor. Also was haben wir? Wir haben eine prophetische Bewegung. Eine prophetische Bewegung. Ein Prophet hat vorhergesagt, es wird kommen. Ist die antitypische Elia-Botschaft am Ende eine prophetische Bewegung? Ist sie vorhergesagt, ja oder nein? Von wem? Von Jesus Christus selber? Also muss sie kommen und wenn sie nicht kommt, dann ist da irgendwie was fehl am Platz. Aber siehe, ein Mann Gottes kam von Judah durch das Wort, das Herrn nach Bethel als Jerobein eben bei dem Altar stand, um zu ihm zu räuchern und er sagt, es kommt einer namens Josia, der wird aufräumen. Und genau so ist es gekommen. Naja, wir wissen, dass Josia starb 609 bei Megiddo durch die ägyptischen Pharo, weil er wollte sich da einmischen, er dachte, er tut etwas Gutes, aber es sollte nicht so sein. Und dann wird Josia auch noch im Stammbaum Jesu genannt. Josia zeugte den Jeconia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung von Babylon, Matthäus und er ist im Register. Also, springen wir mal zu dem Antitippus. Die letzten Reformen müssen von ähnlicher Art sein. Wir haben die Beispiele, was da vor sich ging. Die Elia Botschaft war ein Aufruf, Buße zu tun, Gott vom ganzen Herzen zu folgen und seine Gebote zu halten. Johannes der Täufer, der erste Antitippus, hatte denselben Weckruf und ebenso wird es im letzten Elia sein. Ist doch logisch. Die Adventbewegung die entstand genau nach der dreieinhalb jährigen prophetischen Zeit Dürre, die es im Evangelium gab, die 17, 18, 90 zu Ende kam und danach entsteht eine Bewegung auf diesem Planeten, der genau die Eigenschaften des ersten Elias, des zweiten Elias und der Jusea Bewegung in sich hat. Nach dieser Zeit geistlicher Dürre unter den Menschen, Amerika wurde durch die Wirren und Kriege und Blutvergießung gegangen, Europa hatte die französische Revolution erlebt, wo die Wahrheit der Göttin der Vernunft geopfert wurde und Menschen sich eher wie wilde Tiere aufführten, als dass sie Gottes Bild widerspiegelten und in den USA fasste Leonard Wolsey Bacon den moralischen Zustand folgender meinten zusammen. Er schreibt, die letzten Jahre des 18. Jahrhunderts markierten den tiefsten Tiefstand der tiefsten Ebbe geistlichen Lebens in der Geschichte der amerikanischen Kirche. Es war beim tiefsten Tief. Und wenn ihr euch mal vorstellt, Jusea, das war der tiefste Tief, den es je hätte geben können. Der König Manasse gerade vor ihm hatte das Volk fast ausgerottet, hatte die Priester Gottes fast ausgerottet, das Blut floss in den Straßen. Er hatte den Prophet Jesaja genommen, hat ihn in zwei sägen lassen und das Volk war total fertig und danach kommt dieser junge König und hier zu dieser Zeit genau das Gleiche. Der tiefste Tiefstand, die Demoralisierung der Armee, die Wut politischer Parteiungen, der materialistische billigwaren Moral von Franklin, die deistische Philosophie von Männern wie Jefferson, der populäre südliche Grenzgänger Thomas Paine, das war ein schrecklicher Mensch, der Thomas Paine, okkult bis dort hinaus, einer der wenigen, der direkt beim Namen genannt wird, im Geist der Weissagung. Sie alle und andere bedauerliche Einflüsse führten Zustände herbei, die den kleingläubigen Beobachter beinahe verzweifeln ließen. Es waren schreckliche Umstände. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit kommt Gott und bringt neues Licht. Aus dieser scheinbar hoffnungslosen Situation entstand die sogenannte große Erweckung. In Europa, Amerika, überall sprachen die Menschen über die Wiederkunft Christi. Das war der Mittelpunkt, woran sie sich interessierten und Weissagungen in Daniel und der Offenbarung wurden neu durchforscht. Das war zuletzt bei der Reformation. Und hier muss eine Endzeitbewegung kommen, die die Wahrheiten, die die Reformation in die Welt gegeben hat, wieder sammeln würde und wieder der Welt bieten. Aber diesmal nicht mit tausend Gruppen und tausend Ansichten. Was sagt das Buch? Was sagt das Buch, das verloren war, das wieder gefunden wurde im Haus Gottes? Was sagt das Buch? 1804 wurde die britische und die ausländische Bibelgesellschaft gegründet. Die amerikanische folgte ebenso wie die amerikanische Heimatsmission Gesellschaft in 1816. Und dann einer der bekanntesten Prediger zu der Zeit, die über die Wiederkunft sprach und es muss ja eine Bewegung sein, die den Weg auf die Wiederkunft vorbereitet. Es muss eine Adventbotschaft sein, sonst ist es keine Ilia-Botschaft. Und da war dieser Mann, der hieß William Mellor. Heute liest man viel über diesen Mann. Normalerweise hätte man ihn nicht in diese Rolle gesehen. Warum? Weil er war ein Deist. Er war ein Deist. Deisten glauben, das ist wohl ein Gott, aber Gott setzt das Ding am Gange und dann kümmert er sich nicht weiter drum, er trinkt Tee und stört sich nicht um die Dinge, die hier unten passieren und hat mit uns und was hier passiert, überhaupt gar nichts mehr zu tun. Das ist ein Deist. Und so war William Mellor. und er hatte keine formelle theologische Ausbildung und nebenbei war auch noch Freimaurer. Das ist die volle Katastrophe. Die volle Katastrophe. Später wandte er sich enttäuscht vom Deismus ab, fand keine Antworten da, besuchte eine Baptistengemeinde in 1816, fing er an, sich ernsthaft mit der Bibel zu beschäftigen, wobei er zur Auslegung nicht zuließ als die Bibel selbst. Denn er hatte genug gehabt, er hat viel gelesen, er kannte wahrscheinlich die Freimaurerschriften, er kannte dies, er kannte das, er wusste, was in der Welt so geredet wird, seine Freunde waren Deisten und jetzt hat er gesagt, okay, ich gehe jetzt mal die Bibel lesen, die Bibel und die Bibel alleine. Er schreibt, während ich so die Schrift studierte, kam ich zu der Überzeugung, wenn die bereits erfüllten Weissagungen irgendwie Maßstab für die Art und Weise noch ausstehende Erfüllungen sind, dann sind die volkstümlichen Ansichten über das geistliche Reich Christi ein irdisches Millennium vor dem Weltende und die Rückkehr der Juden biblisch nicht haltbar. Kein Sinn gemacht, diese Theologie, dass die Juden wieder ein Reich bekommen und dass die Versprechen auf die in Erfüllung gehen. Darüber haben wir schon Vorträge gehalten. Denn ich stelle fest, dass alle Belegtexte für diese beliebten Theorien genau ausdrücklich formuliert sind wie jene, die sich beim Ersten kommen oder zu irgendeiner vergangenen Zeit wörtlich erfüllt haben. Ich stelle fest, dass die Schrift klar lehrt, dass Jesus Christus wieder zur Erde herabkommen wird, in den Wolken des Himmels, in all der Herrlichkeit des Vaters, dass ihm bei dem Kommen alle Reiche und Herrschaften unter dem ganzen Himmel übergeben werden und dass die Heiligen, die Höchsten, es für immer besitzen werden, für immer und ewig. Lehrt das die Heilige Schrift, ja oder nein? Sie lehrt es. Freimaurer oder kein Freimaurer, das ist, was die dass bei seinem Kommen die gerechten Toten leiblich auferweckt werden und alle gerechten Lebendigen von Vergangenheit zur Unvergänglichkeit verwandelt werden, vom sterblichen Zustand zum Unsterblichen, dass sie alle gemeinsam aufgenommen werden und dem Herrn in der Luft zu begegnen und ewig mit ihm auf der neu geschaffenen Erde regieren werden. Das hat Martin Luther gelehrt, das hat Tyndall gelehrt, das sagt die Bibel, kein Problem. Ich sah das einzige Millennium, das Gottes Wort kennt, die tausend Jahre zwischen der ersten Auferstehung und der Auferstehung der übrigen Toten sind. Das lehrt die Bibel, kein Problem. Wie es Offenbarung 20 eindringlich schildert und das daraus notwendigerweise folgt, dass Christus als Person wiederkommt und die Erde neu gemacht wird. Dass bis zur Wiederkunft und bis zum Weltende die Gerechten und die Gottlosen zusammen auf der Erde sein werden und das Horn des Papsttums bis zu Christi Erscheinung und Königreich Krieg gegen den Heiligen führen wird und erst dann durch den Glanz von Christi kommen vernichtet wird. Das lehrt die Bibel, das hat die Reformation gelehrt, das hat der Martin Luther gelehrt, das hat der Melanchthon gelernt, das hat der Calvin gelernt, das haben, naja, wie sie auch alle heißen, Cranmer, Baxter und so weiter, alle haben sie es gelehrt, Isaac Newton hat es gelehrt, das ist nicht so ein logisches, darauf folgt zwangsweise, dass die verschiedenen Striffstellen über das Millennium sich erst nach der Auferstehung aller Heiligen erfüllen, die in Jesus schlafen, ich stelle auch fest, dass die Verheißungen der Wiederherstellung Israels von den Aposteln auf alle angewandt werden, die Christus angehören, das Anziehen Christi machte sie zu Abrahams Samen und Laus Verheißung zu Erben. Das ist eine biblische Lehre, das ist, was die Reformation lehrte, also der Geist, der die Reformation führte, scheint hier der gleiche Geist zu sein, der diesen Mann führt, denn die moderne Theologie hat das, was er hier wieder zum Vorschein bracht, schon längst wieder begraben unter, wie Martin Lust da sagt, einen Misthaufen. Und als er die Bibel entdeckte, was hat er denn gemacht? William Miller und die Freimaurer, hier ist sein eigener handgeschriebener Brief an die Freimaurer. Ich habe ihn mal so übersetzt, so gut es geht, mit der Hilfe hier von unseren lieben Übersetzern. Ich, William Miller, war zu allem bereit, alles zu tun, das mit dem Evangelium vereinbar ist und auf die Gefühle meiner Brüder in Christus Rücksicht zu nehmen. Hiermit sage ich mich von meiner Verbindung zur Organisation der Freimaurerei los und verspreche keine Gemeinschaft mit irgendwelchen Praktiken unter Maurern zu pflegen, die dem Wort Gottes widersprechen. Er tritt aus. Und heutzutage wird er immer wieder dargestellt, man kann dem nicht vertrauen, er wäre ein Freimaurer. Da müsste ich sagen, wir können Martin Luther nicht vertrauen, der wäre Katholik. Und wir können Tindl nicht vertrauen, das war ein katholischer Priester, so wie Martin Luther. Und Melanchthon können wir nicht vertrauen, wir können keinem vertrauen. Gott ändert doch Menschen. Er hat gesagt, ich habe jetzt all diesen Schrott kennengelernt, die Freimaurerei, dies, das, jenes, den Desmus, lass mich in Ruhe, gib mir die Bibel. Und er hat nur die Bibel studiert und kommt zu den gleichen Schlussfolgerungen wie die Reformation. Und er sagt, gut, weg mit diesem Schrott, ich bin kein Deist mehr und ich bin kein Freimaurer mehr, ich folge jetzt Jesus Christus. Ja, wieso hat der liebe Gott nicht die großen Männer gerufen? Wieso hat er nicht die Theologen gerufen und gesagt, kommt Theologen, ihr müsst mir jetzt den Menschen zeigen, was los ist. Was hatten denn die Theologen gemacht bis dann? Jede einzelne Theorie und These hatten sie sich ersonnen und die Welt in eine solch große Verwirrung gebracht, dass Gott sie nicht gebrauchen konnte. Was hat er denn gemacht zur Zeit des antitypischen, ersten antitypischen Elias, Johannes den Täufer? Hat er da einen Theologen gebraucht? Ja oder nein? Nein, er ging nicht in diese Schulen. Er hatte nicht gelernt, was die anderen gelernt hätten, sonst wäre er genauso verwirrt gewesen. Und der arme Paulus, der hatte einen guten Geist und eine gute Seele, aber wie musste der nicht umgebastelt werden, vor dem Gott ihn mächtig gebrauchen konnte. Also Theologen, sind wichtig, aber wenn Theologen schieflegen, dann gibt es die Katastrophe. Mir wird oft gesagt, man muss nur nach den Theologen hören, hallo, dann würde ich ja glauben an ewiges Leben, ohne Sterben und ohne Christus und ich würde, was weiß ich, alles glauben, ein Fegefeuer, ein Limbo, ein Limbus, was weiß ich, von wem ist denn das ausgedacht worden? Von den Theologen? Gib mir die Bibel. In der prophetischen Auslegung des Buches Daniels wandte William Miller das Tag-Jahr-Prinzip an, war das was Neues? Nein, das hatten die Reformatoren schon gemacht und kam zu dem Ergebnis, dass die 2300 Tage aus Daniel 8, 14 zeitgleich mit den 17 Worten aus Daniel 9, 24 begannen und etwa 18, 43 enden werden. Samuel Snow betonte später den siebenten jüdischen Monat im Herbst Tischri und so begann eine prophetische Bewegung. Die Bewegung war schon vorausgesagt. Jesus hatte gesagt, es kommt diese Botschaft, die den Weg vorbereitet und hier waren die Männer, aber sie waren nicht die großen angesehenen Männer. Mellers Verkündigung führte zur großen Adventerweckung. Prediger wie Josiah Litch, ein methodistischer geistlicher, hier ist ein Methodist, Charles Fitch, ein ehemaliger Pastor der Congregationalisten, Joshua Himes, Pastor der zweiten christlichen Gemeinde von Boston, das waren keine Adventisten, das waren Prediger in allen Glaubensgemeinschaften. Mellers wollte keine neue Bewegung anfangen. Ist ja interessant, Martin Luther wollte auch keine neue Bewegung anfangen, ist das nicht so? Er wollte keine neue Bewegung anfangen, er wollte alle Kirchen aufwecken, sie haben gepredigt in all den Kirchen und wie es hart auf hart kam, da haben sie allmählich die Botschaft abgelehnt, das geht uns, das hört sich schon, der Zeh drückt, nein, danke. Und so ist es doch heute auch noch. Die Adventbotschaft brachte Heims neue Tageszeitung, nämlich Midnight Cry heraus und 10.000 Exemplare hat er täglich vertrieben, wisst ihr, was das heißt in der damaligen Zeit? Ist ja unglaublich, sie predigten zwischen 1843 und 1944 sich auf rund 130 Camp Meetings und sie haben geredet mit über eine Million Zuhörern und die damalige ganze Bevölkerung von den Vereinigten Staaten war nur 17 Millionen. Also einer in 17 hat William Mellor persönlich predigen hören. Das ist schon etwas. Das ist besser wie Internet, besser wie Live Streaming. Mellor selbst hielb etwa 4000 Predigten in rund 500 Dörfern und Städten. Der Mann war begeistert und die Leute, die mit ihm waren, Josiah Litsch, das waren ja alle diese Prediger aus den verschiedenen Gemeinschaften, die waren beteiligt an dieser Botschaft. Er hat vorhergesagt das Fall des Osmanischen Reiches, ist ja auch zugetroffen und dann Joshua Himes hat Signs of the Times auf die Beine gebracht und dann die Zeitschrift Midnight Cry und zusammen haben sie diese Botschaft der Wiederkunft verkündigt. Dieser Mann, die sehen ja alle so einzigartig aus, 1843 Charles Fitch, einer der prominentsten Führer der Millerite Bewegung, er fängt an zu lehren und er lehrt zusammen mit William Miller diese neuen Entdeckungen und dann allmählich die Gemeinden wollen nicht mehr hören, wollen nicht diese Botschaft hören und endgültig sagt er Babylon ist gefallen, gefallen, sie wollen die Botschaft der Wiederkunft nicht bekommen. Gefallen ist Babylon die große gefolgt von der Warnung, geht hinaus aus ihr mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht ihre Plagen empfangen. Danach war Babylon nicht länger auf den römischen Katholizismus bestrengt, sondern schloss nun auch die große Gemeinschaft der protestantischen Christentums mit ein, dass das Licht über die Wiederkunft verworfen hatte. Ist doch logisch. Wenn Gott eine Botschaft bringt über die Wiederkunft und das Volk das erhören muss verwirft die Botschaft, dann ist das ein gefallenes Volk. Und Gott sagt, kommt aus ihr raus und alle die die Botschaft glauben, kamen aus allen Glaubens Gemeinschaften heraus und gründeten eine Gruppe, die die Bibel studierten, um festzustellen, was ist jetzt die Wahrheit. Natürlich da kam die große Enttäuschung, es ging nicht genauso in Erfüllung, aber es musste ja nicht. Und sie beruhten sich auf Habakuk, Habakuk 2, 1 bis 4. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm nichts ausstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortet mir der Herr sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Es gab eine Verzögerung. Jesus Christus kam nicht in den Wolken, obwohl die Zeit berechnet in der Prophetie genau eigentlich hätte eintreffen sollen. 1844 Christus hätte kommen sollen. Ellen White schreibt im großen Kampf, zu diesen Weissagungen gehörte jene aus Habakkuk. Hier stehe ich auf meiner Hut und sie gibt diesen Text. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Schon im Jahre 1842 hatte die im prophetischen Wort gegebene Ausweisung schreibt das Gesicht und mal es auf die Tafel dass es lesen könne wer vorüberläuft Charles Fitch auf den Gedanken gebracht eine prophetische Karte zu entwerfen um die Gesichte Daniels und der Offenbarung bildlich darzustellen. Die Veröffentlichung dieser Karte wurde als eine Erfüllung des durch Habakuks gegebenen Auftrages angesehen. Niemand jedoch beachtete zu der Zeit dass in der betreffenden Weissagung ein offenbarer Verzug der Erfüllung des Gesichtes eine Zeit des Harns angedeutet war. Es ist interessant, dass Gott immer sein Volk läutert durch ein Ereignis, was zur Zeit nicht richtig verstanden wird. Zum Beispiel als er auf dem Weg nach Emmaus sich anschloss bei den zwei Brüdern waren sie total verzagt denn sie hatten etwas nicht richtig kapiert. Sie hatten nicht verstanden worum es ging mit dem Tod und der Auferstehung Christi und erst als er ihnen deutete wie es eigentlich vor sich ging und wie die Prophezeiung eigentlich gedeutet werden musste haben sie es kapiert. Genauso hier. Aber der Prozess hat alle Anhänger die nur mitreiten wollten plötzlich in den Sand versiegen lassen und nur die die wirklich überzeugt waren blieben übrig genauso zu dieser Zeit und dann kam der Mann Hiram Etzen und er schreibt über die große Enttäuschung und dann kann man sehen dass diese Leute wirklich ernst gemeint haben unsere innigste Hoffnung und Erwartung waren zerschmettert und wir wurden so von Weinen überwältigt wie ich es noch nie erlebt hatte mir schien selbst alle irdischen Freunde zu verlieren sei dazu kein Vergleich wir weinten und weinten bis der Tag dämmerte ich grübelte in meinem Herzen und dachte die Adventszeit war für mich die reichste und leuchtendste Erfahrung in meiner ganzen in meinem ganzen Glaubensleben wenn sie sich als Irrtum erwiesen hatte was war mein übriges Christensein dann noch wert hatte sich die Bibel als falsch herausgestellt gab es gar keinen Gott keine Heimat keine goldene Heimatstadt kein Paradies war alles nur eine schlau erdachte Fabel war unsere sehnsüchtiges hoffen und harren auf diese Dinge bar jeder Realität und so hatten wir Grund zur Trauer und Jammer sollten alle unsere seligen Hoffnungen vergeblich gewesen sein und wie gesagt wir weinten bis der Tag anbrach hört sich das an wie Menschen die nicht ernst waren in ihrem ätzen mit dem gedachten es geht um die reinigung des heiligtums das heiligtum muss wieder gereinigt werden und sie entdeckten die heiligtums lehre und der heiligtums lehre liegt die gerechtigkeit christi verborgen und wenn wir uns das überlegen das alte volk israel das war bei sinai das alte volk israel hatte die zehn gebote bekommen von gott aber auf dem gleichen berg die heiligtums lehre aber sie nahmen die gebote und sie folgten den geboten und sie taten alles was die gebote dachten und sie suchten ihre gerechtigkeit in den geboten aber die heiligtums lehre haben sie liegen lassen und als sie kamen zu kardesh spaner konnten sie nicht eingehen in das heilige land weil sie wollten es mit eigener kraft tun denn sie hatten kein vertrauen auf christus und als christus dann zu ihnen sagte dann kehrt er eben zurück zur wüste so wie ihr wollt und sagt nein wir gehen es selber machen und haben sie prügel bekommen und genau so ist es auch hier das heiligtum muss wieder entdeckt werden es muss entschlüsselt werden das gesetz war der maßstab für gerechtigkeit und die heiligtumsbotschaft war der ausweg aus der verurteilung durch das gesetz die beiden gehen zusammen es wird ja immer gesagt wir adventisten wir sind gesetzlich aber martin luther hat schon gesagt es ist ein freiwilliges opfer dass ich das gesetz halte wir sind erlöst durch gnade wir sind erlöst durch gnade alleine und diese verbindung gesetz gnade gesetz gnade ist ja so verwirrt in der welt das ist ja unglaublich der weg muss doch wieder aufgebaut werden er muss doch wieder hergerichtet werden also beide wurde man sinai gegeben und beide sind wesentliche bestandteile des erlösungs planes wenn wir die verbindlichen ansprüche des gesetzes verstehen klammern wir uns an die heiligtums botschaft die die tür zur gnade aufstößt ohne christus ohne sein opfer kann ich gesetz halten bis ich blau im gesicht bin das wird mir nicht das leben geben nur in christus habe ich ewiges leben also diese wahrheit diese kern wahrheit über den erlosung lösungsplan wurde wieder aufgeweckt römer römer 5 vers 20 das gesetz aber ist daneben hereingekommen damit das maß der übertretung voll würde wo aber der maß der sünde voll geworden ist da ist die gnade überströmend geworden wir müssen die beide im richtigen zusammenhang sehen also damit die gnade überströmen kann muss jedermann verständlich gemacht werden wie nötig sie ist das gesetz der spiegel für den charakter muss hoch gehalten werden damit die übertreter sich zum heiland wenden um freispruch von seiner verdammung zu finden ein botschafter seiner gnade ist daher zwangsweise auch ein botschafter seines gesetzes ich kann nicht gnade predigen ohne gesetz denn wo kein gesetz ist ist keine übertretung und wo da keine übertretung ist ist da keine notwendigkeit für die gnade ist doch logisch wieso brauche ich gnade wenn ich keine übertretung habe also wenn ich gnade in anspruch nehmen muss dann muss ich ein übertreter eines gesetzes sein also die letzte botschaft muss gesetz aufrichten und die letzte botschaft muss die gnade im richtigen zusammenhang wieder herstellen dieser weg muss vorbereitet werden wir können nicht menschen sagen haben die sagen wir werden gerettet durch gesetz und wir brauchen jesus christus nicht dann sind wir wie die juden oder wie einige von uns oder wir sagen wir haben jesus nötig und das gesetz schmeißen wir in die mülltonne dann sind wir wie die protestantische welt wie einige von uns im anfang unterstellte gott den mensch einem gesetz als unverzichtbare voraussetzung für seine existenz er war ein untertan der göttlichen regierung und regierung gibt es nur mit einem gesetz so schön logisch also gnade und gehorsam gehören untrennbar zusammen teil der elia botschaft wenn ihr meine gebote haltet so bleibt ihr in meiner liebe gleich wie ich die gebote meines vaters gehalten habe und in seiner liebe geblieben bin durch welchen wir gnade und aposteldienst empfangen haben zum glaubens gehorsam für seinen namen unter allen heiden römer 1 vers 5 hallo ist doch logisch wir haben gnade und wir haben gesetz im neuen testament und die können nicht auseinander gepflückt werden dann haben wir keine erlösung also bevor gott die versinnflutlichte welt auslöschte sandte er den menschen eine botschaft der gnade und gerechtigkeit gesetz und gnade und vor seiner wiederkunft wird er doch wohl dasselbe tun nur aber fand gnade in den augen des herrn petrus sagt und wenn die alte welt nicht verschonte sondern nur Noah den verkündiger der gerechtigkeit als achten bewahrte als er die sinnflut über die welt der gottlosen brachte und lukas sagt so wie es in den tagen noas war also Noah Noah war ein prediger der gnade und er war ein prediger der gerechtigkeit am ende der zeit muss es doch das gleiche geben so als Mose Mose auf dem Berg Sinai war und das von Gottes Finger geschriebene Gesetz entgegen nahm begründete das Volk seinen Abfall mit der Verzögerung Ja was dieser Mose ich weiß ja nicht wo der hingegangen ist die wussten doch wo er war da war ein Riesenfeuer und eine Wolke auf dem Berg und Moses war in die Wolke verschwunden und er kam nicht sofort wieder er verzögerte sich ein Typus von der Verzögerung Christi und was hat das Volk hier unten gemacht schnell einen Kalb gemacht rumgetanzt laut geschrien was ist denn das was ich höre ist das Kriegsgeschehen nein das ist Musik die singen was singen die denn ich denke wenn Elia da war das habe ich auch schon mal gehört das waren die Ballpriester die haben genauso geschrien ich denke die haben da irgendwelche Rockmusik oder was weiß ich gemacht der Herr zögert nicht der Verheißung hinaus er will es nicht aber er erlaubt es und in diesem Zustand sind wir drei spezielle Entwicklungen führten zur Entstehung der letzten Advent Botschaft ganz wichtig war die Erkennung der Heiligtumslehre die Glauben und Gerechtigkeit und Gnade im rechten Verband prangen und dann natürlich Geist der Weissagung das ist ein Strauchelstein Geist der Weissagung eine junge Frau Ellen G. White bekommt Visionen aber die Bibel sagt ja voraus dass ein Geist der Weissagung wieder kommen würde und die Bibel sagt ganz eindeutig dass dieser Geist der Weissagung immer auf die Propheten zu treffend war und nicht ein allgemeiner Suppengeist ist Offenbarung 12 Vers 17 und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben Offenbarung 19 10 und ich fiel vor seinen Füßen nieder um ihn anzubeten und er sprach zu mir sieh dich vor tu es nicht ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder die das Zeugnis Jesu haben bete Gott an denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung wenn Gott vor der Sintflut einem Propheten rufte der die Welt aufweckte dann muss er doch vor dem Ende auch so einen Propheten haben wenn Gott in der Typologie Moses gebrauchte um das Volk aus Ägypten raus zu bringen und nach Kanan zu führen dann wird Gott auch einen Propheten haben um das Volk aus antitypischem Babylon heraus zu holen und nach Kanan zu führen es ist logisch es muss so sein wir schämen uns und stecken den Kopf in den Sand und sagt bitte das nicht gebrauchen das müssen wir nicht so prominent machen nein der Geist der Weissagung selber sagt mehr prominent machen das Ende der Zeit und wenn ich mein eigenes Leben betrachte ich weiß nicht wie es überhaupt geschehen ist ich wurde getauft ohne irgendein Wissen von einer Ellen G. White wusste gar nichts davon als ich schon getauft der sieben Tags Adventist war ich weiß nicht vielleicht hatten sie Angst vor mir weil ich kam aus der Universität und hatte einen Titel oder das auch immer und mit dem müssen wir ganz vorsichtig sein meine Frau wurde getauft mit allen Glocken keiner hat einen Ton gesagt ihr wisst ja was ich meine Glocken keiner hat es gemerkt sie haben uns in Ruhe gelassen und dann waren wir weg von einer Ellen White hab ich nichts gewusst wollte auch nichts wissen brauchte ja nichts die bibel bibel hat mir gesagt warum ich warum ich mich ändern muss von dem was ich war zu dem was ich wurde daniel 7 war für mich genug buch offenbarung war für mich genug bis der kollege mich anrief und sagt ja ihr habt ja dieses kleptomanische weibstück in eurem glauben dieses lng weib 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 stück und ich habe gedacht wow so eine wut hat der im bauch über diese frau was ist denn da los haben wir was zu lesen über diese frau und da habe ich das buch gefunden das jürgen ein kolpot her gebracht hatte und das buch war das leben jesu ich dachte okay das buch nehme ich jetzt mal und lese ich hätte nie gelesen wenn der mich nicht angerufen hätte und so gewettert und geschimpft hätte ich bin nie wieder derselbe gewesen nie wieder derselbe gewesen ich rate jemand jedem der zweifelt um diese buch bücher zu lesen und dann sprechen wir wieder denn diese bücher führen zu bibel und nirgends anders hin die white state sagt die dritte spezielle lehre also es war die wiederkunft und die die heiligtums lehre war die entdeckung des sabbats und joseph bates hatte darüber gepredigt und somit kam die sabbats frage zum vorstein sie halten nämlich das gesetz nach der großen enttäuschung fanden von april dann bis september 1848 mehrere versammlungen statt von den jenigen die nicht glauben wollten dass das was sie geführt hatte ein falscher geist war sie waren ja ernsthafte menschen und da war eine sabbat konferenz so wurde sie genannt oder die sogenannten sabbat konferenzen und da wurden die fünf säulen des adventismus aufgestellt die heiligtums lehre die wiederkunft lehre der sabbat zustand des toten und geister weissagung und das sind die fünf säulen die stehen bleiben bis zum ende der zeit der typische oder der erste antitype typ der typ für den letzten antityp war johannes der täufer er war erfüllt vom heiligen geist von wann ab von mutter leib auf und diese bewegung diese letzte bewegung war erfüllt vom heiligen geist von wann ab antitypisch hilf mir vom mutterschoß ab vom mutterschoß ab also die lehren die bestätigt wurden durch den heiligen geist in der jungen bewegung können nicht zunichte gemacht werden durch eine spätere generation in der gleichen bewegung denn der heilige geist ändert sich nicht der heilige geist bleibt bei dem was er sagt und dann kam da noch eine gesundheitsbotschaft damit der antitypus mit dem von johannes dem täufer genau gleich wird 2. petrus 1 3 bis 9 da seine göttliche kraft uns alles geschenkt hat was zum leben und zum wandel in gottesfurcht dient durch die erkenntnis dessen der uns berufen hat durch seine herrlichkeit und tugend durch welche er uns die überaus großen und kostbaren verheißungen gegeben hat damit ihr durch dieselben göttliche natur teilhaft werdet also hier ist ein prozess wo der mensch vorbereitet werden muss um der göttlichen natur teilhaft zu werden so schreibt der apostel petrus nachdem ihr dem verderben entflohen seid das durch die begierde in der welt herrscht also wir kommen aus der welt da muss sich etwas ändern so jetzt eben desselben alle eifer daran und reicht in eurem glauben die tugend da in der tugend aber die erkenntnis und in der erkenntnis aber die selbst beherrschung und in der selbst beherrschung aber die standhafte ausharrung im standhaften ausharren aber die gottesfurcht in der gottesfurcht aber die bruderliebe in der bruderliebe aber die liebe und wenn diese dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die erkenntnis unseres herrn jesus christus wem dagegen diese dinge fehlen der ist blind und kurzsichtig also es ist doch logisch ich muss glaube haben und dann fange ich an zu lesen und dann bekomme ich erkenntnis und wenn ich erkenntnis habe und ich verstehe dass die bibel mir etwas zu sagen hat und ich fange an es zu verstehen dann muss ich mich ändern mein charakter muss sich ändern ich muss selbstbeherrschung haben ich muss standhaft werden in dem ausharren und naja so muss ich wachsen in diesen dingen selbstbeherrschung das heißt in allen dingen auch in dem was ich esse in dem was ich trinke und das ist eine leiter an der ich auf die ich kletter etwa eineinhalb stunden sprach ich zu den leuten über die acht stufen der heiligung bei petrus sagt zum geister weissagung ich behandelte mäßigkeit und die wichtigkeit dass eltern ihren kindern selbstverleugnung und selbstbeherrschung beibringen und darauf achten dass appetit und geschmack nicht auf kosten der geistigen sittlichen und körperlichen kräfte befriedigt werden also die gesundheitsbotschaft ist teil dieses wachstums und wenn ich glaube und ich habe verständnis und ich weiß ich muss mich ändern aber ich komme nicht bei der selbstbeherrschung vorbei dann kann ich nicht weiter wachsen und dann sitze ich da kann ich gerettet werden durch mein wissen sagt die bibel gerettet durch wissen ja oder nein nein wir sind nicht gerettet durch wissen es ist ein wachstum der ganze prozess muss erfüllt werden weiß die jugendlichen auf die stufenleiter mit den acht sprossen hin von der Petrus spricht stellt ihre füße nicht auf die höchste sprosse sondern auf die unterste und mit dem ersten bitten drängt sie im porsteigen bis sie die spitze erreicht haben Christus ist derjenige der den himmel und die gottheit verbindet mit unserer menschlichkeit aber wenn wir nicht klettern dann können wir nicht wachsen ist das ein unbiblischer begriff also ja oder nein dann warum will die welt das ablehnen dass der antitypische letzte ilia auch eine botschaft hat über das was wir mit diesem leib trinken was ihr auch tut tut es zur ehre gottes was ihr isst und was ihr trinkt ist eine logische botschaft ist eine logische botschaft wir werden gerettet indem wir sprosse um sprosse hinauf klettern auf christus schauend und an ihn klammern und schritt für schritt christi höhe erreichen sodass er unsere weisheit gerechtigkeit heiligung und erlösung wird glaube tugend erkenntnismäßigkeit geduld gottseligkeit brüderliche liebe und allgemeine liebe sind die sprossen dieser leiter und ich kann nicht die höchste sprosse erreichen wenn ich ständig rutsche auf einer von ihnen entweder alles oder gar nichts das ist die adventbotschaft eine logische botschaft es ist nicht leicht den unermesslichen schatz ewigen lebens zu erlangen niemand kann sich dabei mit der welt treiben lassen er muss aus der welt heraus kommen sich absondern und darf nichts unreines anrühren niemand kann wie ein weltmensch handeln ohne zugleich vom strudel der welt fortgerissen zu werden ist das logisch ich brauche nicht das ganze zitat lesen natürlich ist es logisch und darum bin ich adventist weil es ist logisch der rest ist für mich nicht logisch wenn da kein gesetz ist ist da keine gerechtigkeit wenn da keine gnade ist habe ich keine hoffnung wenn die beiden nicht zusammen existieren ist da kein königreich stellt euch mal ein königreich vor ohne gesetz und ohne könig was soll denn das es ist ein logischer glaube und ellen white ist teil dieses glaubens jetzt was mich so fasziniert was was mich immer wieder einfach nur umschmeißt ist hier ist william miller total ungelehrt in theologie er hört sich all diesen schrott an und alle diese diese theorien und diese gottesteorien und was weiß ich alles baptist war ja auch und dann endgültig sagt okay tisch sauber machen weg mit diesem quatsch gib mir jetzt erstmal die bibel und hier fängt es an und dann alle diese anderen männer die dazukommen und dann kommt james white er wurde am 4. august 1821 geboren er war das fünfte von neun kindern und litt als junge unter schlechter sicht weswegen er erst im alter von 19 jahren eine schule besuchen konnte jetzt muss ich euch das mal erklären der kleine junge wird zur schule geschickt james white seine augen sind schiel 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 er sitzt in der vordersten reihe sieht die wand und die wand die lehrerin sagt komm her komm setz dich vorne hin dass du die leinwand siehst sie die türen die türen sie aber nix da vorne der arme kerl kann nix lernen endgültig sagen zu ihm hör mal du ihr müsst ja die zeit wissen wir hatten nicht die gelegenheiten die wir heute haben du kannst nicht auf die schule gehen du kannst nichts lernen lieber junge geh nach hause der hat gehe gehe er wollte zur schule gearbeite auf deinem acker er hat sich neunzehn jahre alt neunzehn jahre alt mit sechs ist er auf die schule und nach hause geschickt worden neunzehn jahre alt und die augen sind gerade er kann sehen er ist ganz begeistert er geht zu seinem vater und sagt vater ich kann sehen ich will in die schule der vater sagt du wirst doch blöd aussehen du bist neunzehn jahre alt und wirst dich mit den sechs jährigen auf die schulbank setzen vergiss es lass das mach weiter auf der farm aber ich will so gerne in die schule der 19 jährige gehen setzt sich auf die schulbank drei monate später hatte er eingeholt ein jahr später hat er so eingeholt dass er die mathematik die algebra alles kannte besser als alle anderen schüler so dass sie gesagt haben den müssen wir sofort als lehrer anstellen ein jahr hat er alles eingeholt das ist schon sonderlich ne und er wird ein mächtiger prediger der advent bewegung er heiratet nachher allen g white im alter von neun jahren eine gesichtsverletzung sie hatte nur drei jahre schule nur drei und das war's und das ist all was sie hatte also einer der die augen so hatte und erst mit 19 ein jahr ausbildung bekam und dann schon lehrer war und dann diese frau mit einer kopfverletzung dass sie nie mehr zur schule gehen konnte nach dem dritten jahr und schreibt diese bücher und dann gibt es menschen die sagen wir können uns doch nicht vorschreiben lassen durch eine frau mit nur drei jahren ausbildung aber mein lieber freund sagt immer zu mir franz war ich bin doch so froh dass sie nur drei jahre ausbildung hatte dann stell dir vor die hätte vier ich hätte sie ja nie mehr verstanden die bücher sind so komplex so perfekt so fein so tief geistlich so brillant geschrieben wenn wir glauben dass wir klüger sind als der heilige geist machen wir einen fehler einen gewaltigen fehler und sie bekamen nicht visionen nachdem ich die vision hatte und gott mir licht gab beauftragte er mich es weiter zu geben aber ich schreckte davor zurück ich war jung und ich dachte sie würden es von mir nicht akzeptieren in unseren eigenen reihen gibt es menschen heute zu horden die den geist der weissagung ablehnen kein wunder dass sie die adventbotschaft nicht verstehen und rennen zu jeder ökumenischen bewegung um zu auszufinden ob da vielleicht ein glas babylonischer wein ist den sie mit trinken können dr moleros koperus ein pensionierter arzt in loma linda und gründer sowie herausgeber der zeitschrift spektrum behauptete ellen whites visionen seien durch anfälle hervorgerufen worden er war nicht der erste und er gründete auch diese diese zeitschrift oder machen wir weiter 1981 schrieb zum beispiel delbert hodder ein kinderarzt mit besonderem interesse an kinderneurologie in dem nicht mehr aufgelegten magazine evangelica ellen whites gesichte entsprechend den heutigen sogenannten partial komplexen oder psychomotorischen anfällen vier jahre darauf bringt dieser moleros koperus ein pensionierter hausarzt eine ähnliche beschuldigung vor und er veröffentlich ist und er sagt ihre visionen seien auf schläfenlappen epilepsie zurückzuführen weil ich habe ellen g white gelesen und ich muss sagen es sind die besten epileptischen anfälle die ich noch je gelesen habe ich habe noch nie solche guten epileptischen anfälle je woanders gelesen und ich habe wahrscheinlich mehr gelesen als die meisten menschen auf erden lesen ich bin ein lese wolf das magazine spektrum die erste ausgabe von spektrum der zeitschrift der association der adventist forum erschien im märz 1969 unter der redaktionellen leitung von moleros koperus also seitdem der glaubt ja das waren epileptische anfälle ist spektrum eine fantastische magazine ich lese sie recht öfters denn da kann man immer auf der höhe bleiben von dem breiten spektrum der adventistischen abtrünnigkeit und wenn man das wissen möchte was da los ist dann kann man das ja lesen auch heutzutage ihre affiliate schreiben auch gerne über diese dinge wenn sie nicht glauben wollen dass diese bewegung eine bewegung ist die von mutterschoß ab durch den heiligen geist geleitet wurde durch unter anderem den geist der weissagung was suchen sie in dieser gemeinschaft geht zu denen dies nicht glauben will aber wieso diese gemeinschaft ständig auf ihnen herumhacken weil sie haben wollen alle müssen genauso abtrünnig werden wie sie sind wieso denn das ist doch unsinn wir sind doch menschen die unseren eigenen entschluss machen bin doch adventist geworden wegen der logik der botschaft und der prophetischen sicht dieser botschaft die letzte botschaft an die welt offenbarung 10 und ich ging zu dem engel und sprach zu ihnen gib mir das büchlein und ich gehe nicht alles lesen das büchlein wird gelesen das büchlein wird internalisiert das ist bitter süß im mauch und bitter im magen eine große enttäuschung und du sollst abermals weissagung an vielen völkern und nationen und sprachen und könige und was soll der engel der botschafter sagen die stunde von gottes gericht sollen sie ankünden und die menschen aufrufen zur anbetung gottes die stunde seines gerichts ist gekommen und wir werden in einem anderen vortrag darüber reden das ist die botschaft in dieser botschaft sendet gott der kirche eine warnung wäre sie angenommen wären hätte die übel behoben die in der gemeinde von ihm abschnitten das heiligtum ein besonderes angriffsziel in zukunft werden alle möglichen täuschungen aufkommen und wir wollen festen boden unter den füßen wir wollen feste säulen für das gebäude nicht ein zapfen soll von dem entfernt werden was der herr errichtet hat der feind wird falsche theorien aufbringen wie zum beispiel die lehre es gebe kein heiligtum haben wir gesehen das ist mitten in unseren reihen das macht die wahrheit aber nicht eine unwahrheit satan ist ständig bemüht abenteuerliche vorstellungen vom heiligtum zu verbreiten und so die wundervollen darstellungen gottes und des dienstes christi für unsere erlösung zu etwas herab zu würdigen dass der fleischlichen gesinnung angenehm ist die heiligtums lehre steht wir werden darüber reden ich habe gesehen dass die 1843 tafel von der hand des herrn geleitet wurde und dass sie nicht geändert werden soll dass die darstellung so war wie er sie haben wollte dass seine hand darüber war und einen fehler in einigen ausgaben verbarg so dass ihn niemand sehen konnte bis er seine hand weg zu dann besagt bezüglich des täglichen dass das wort opfer auch durch menschliche weisheit hinzugefügt wurde und dass diese ganze diese ganze diese ganze these diese ganze prophetische sicht von 1844 kein fehler ist sondern rein biblisch ist wenn wir adventisten sind dann müssen wir adventisten bleiben und diese ersten männer die dabei bezogen waren und diese ersten frauen das waren interessante charaktere wie schon gesagt keine ausbildung eine frau mit drei jahren ein mann der nur ein jahr schule hatte nachdem er nach sechs von der schulbank weggewiesen wurde william miller keine theologische ausbildung jane andrews was für ein gewaltiger mensch verließ mit elf die schule mit elf keine ausbildung war autodidakt beherrschte sieben sprachen konnte die bibel in all sieben sprachen lesen und das neue testament auswendig zitieren mit 17 jahren begann er den sieben tag sabbatual mit 21 war schon im dienst als prediger und mit 22 war er schon im verlagsausschuss diese leute die hatten was an sich uriah smith im alter von zwölf jahren verlor sein bein er ist der eine der die prothese entwickelte diese auch heute gebraucht wird wo das bein sich bewegen kann weil der hatte keine zeit um ohne bein rumzuhoppeln der hatte ein werk für gott zu tun love butter wurde zum pionier und verkaufte adventistische literatur er fing die ganze literatur bewegung an dann wurde er krank und dann interessierte er sich für die gesundheit gott hat seine wege gott hat seine wege josef bates mit 15 jahren schon kabinen junge dann nachher wurde er kapitän von einem schiff er fluchte er war ein ganz grober typ aber hat ein gutes herz und er hatte eine liebe frau und er hat jedes buch was er gelesen was er lesen konnte hat er verschlungen er hatte eine ganze kiste bücher und seine liebe frau hat immer vor dem er wegging die bibel in die kiste reingelegt die war sehr klug und aufgrund seines studiums von der bibel hat er aufgehört zu fluchen aufgehört zu trinken er hat die gebote gottes angefangen zu halten und er hat predigt über den sabbat wer hat ihn denn da geführt steven haskell evangelist administrateur diese mann männer haben das werk verbreitet in die ganze welt die haben in london angefangen sie waren im osten in china haben sie menschen getauft diese menschen die hatten was an sich ellen harman erste vision mit 17 jahren george washington amadon 21 jahre alt john allen bird 20 george butler bekehrt mit 22 arthur daniels 20 heidren edson war der alte der alte mann unter ihnen 37 die anderen haskell hall love brother alle 20 jahre alt sarah mc enterfer 20 jahre alt allen white's bulldogge kam es nicht an die vorbei starke persönlichkeit interessante leutchen was für eine ausbildung hatten die denn die hatten eine ausbildung in der wüste genau wie johannes der täufer da hatten sie ihre ausbildung ich kriege fast täglich in südafrika einen liebes brief auf meinem handy und der liebes brief schimpft immer über die adventisten und wie schrecklich sie sehen und eines der dinge die immer wieder drin stehen ist ihr habt ja keine großen männer ihr könnt ja gar nicht gottes bewegung sein ihr behauptet ihr seid gottes letzten ruf es ist nicht eine gemeinde die sich in die gemeinde reinsetzt und schön kirche spielt nein es ist eine bewegung eine weltweite bewegung mit einer weltweiten botschaft einer aufruf zur einigung um gottes wort und ja wir haben keine mega prediger mit mega ausbildung obwohl wir die auch haben die hervorstehen sowie die großen männer damals luthers und calvin und wiese auch alle heißen aber gott hat seine seine wege christus hat der gemeinde eine heilige verantwortung gegeben jedes glied soll ein kanal sein durch den gott der welt die schätze seiner gnade zukommen lassen kann die unergründlichen reichtümer christlich nichts wünscht sich der heiland mehr als menschen die der welt seinen geist und seinen charakter vorleben das brauchen keine mega persönlichkeiten sein im korinther brief steht und meine rede und meine verkündigung bestand nicht in überredenen worten menschlicher weisheit sondern in erweisung des geistes und der graf damit eure gnade nicht auf menschenweisheit beruhe sondern auf gottes kraft das sind wichtige punkte seht doch eure berufung an ihr brüder da sind nicht viele weise nach dem fleisch nicht viele mächtige nicht viele vornehmen sondern das türische der welt hat gott gewählt menschen mit augen die so gucken die hat gott gewählt und menschen die in auge hatten das tiefer saß als das andere war ein stein das auge versetzt hatten die knochen gebrochen hatte solche menschen sind das die hier beteiligt waren aber lies mal was die schrieben und mit welcher logik das vor sich geht dass der christenglaube nicht eine suppe ist sondern logisch mit all den konsequenzen der sünde der wiederherstellung ein fantastischer glaube ich möchte den protestanten in der welt sagen nicht so abscheulich schauen auf diese sekte sondern lies mal was sie zu sagen hat vielleicht ist es eine heilsbotschaft die wir nicht einfach nur beiseite schieben können die wirksamsten männer der welt waren nicht die geehrten von sich selbst eingenommenen die von der gesellschaft gelobt und verhätschelt wurden sondern diejenigen die demütig mit gott gewandelt sind die bescheiden aufgetreten sind und eine reine sprache gepflegt haben die alle ehre gott gegeben und nichts davon für sich beansprucht haben sie sind es die die gemeinde am stärksten und positivsten beeinflusst haben nicht schauen auf die großen männer wenn klare ernste worte nötig sind um sünde und bosheit zu tadeln selbst bei hohen amtsträgern dann bleiben sie nicht still sondern folgen dem befehl des gottes der wahrheit rufe aus voller kehle halte nicht zurück erhebe deine stimme wie ein horn und verkündige meinem volk sein vergehen und dem haus jakob seine sünde das ist nicht irgendein verein wo jeder nur so macht wie der papst sagt hallo man muss selber wissen was man glaubt man muss die bibel studiert haben der geist der weissagung hilft einem um zu wissen wo wir stehen im rahmen der zeit und nicht jeder soll leicht umgeschubst werden weil irgendein einer sagt es muss so sein und nicht so sein die gemeinschaft der sieben tags adventisten soll der endzeitliche treuhänder von gottes gnade sein jede von sieben tags adventisten errichtete institution soll für die welt sein was josef in ägypten war und daniel und seine freunde in babylon nach gottes vorsehen kamen diese auserwählten in gefangenschaft damit durch sie die heidnische nationen unter die segnungen kämen die menschen durch die erkenntnis gottes erhalten sie sollten repräsentanten jehovas sein sie sollten keinerlei kompromisse mit den götzen an betern eingehen ihr glaube und namen als anbeter des lebendigen gottes sollten sie als besondere ehre tragen wir haben so viele leute die sich ständig verstecken und schämen weil sie adventisten sind hallo wir sind sieben tags adventisten wir haben einen auftrag der auftrag ist nicht um hier stühle warm zu halten der auftrag ist eine botschaft an die welt zu bringen eine lebensnotwendige botschaft wird die gemeinde vollkommen sein ihr sagt ihr seid die endzeit gemeinde schaut wie sieht ihr aus ihr habt ja sogar spektrum magazine schaut mal wie sieht ihr aus muss so aussehen muss so aussehen ich bin froh spektrum ist da wir brauchen nicht zu zweifeln oder dem erfolg des werkes fürchten gott steht an der spitze des werkes und wird alles in ordnung bringen wenn an der spitze des werkes korrektur nötig ist wird gott sich darum kümmern und alles verkehrte berichtigen ich schaue nur nach links und nach rechts und ich schaue und ich schaue und ich schaue und dann sehe ich was geht denn jetzt hier los hier kommen was weiß ich für kirchen in unsere gemeinschaft krawallkirchen die glauben dass gotten gehörstück nötig hat also den ding so hoch drehen oder was auch immer kaffee kirchen was weiß ich was für komische kirchen wir haben aber gott ist noch immer in der kontrolle dann gibt er einen präsidenten der sagt hört mal her wo geht ihr denn eigentlich hin hier geht's lang danke lieber gott lasst uns vertrauen dass gott das edle schiff das gottes volk trägt sicher in den hafen führen wird die bollwerke satans werden niemals triumphieren die dritte engelbotschaft wird siegreich sein wer die der befehlhaber der herr des herrn die mauern jerikos niederriss so wird auch das gebote haltende volk des herrn triumphieren und alle gegner werden unterliegen ist nicht meine sache wenn ich stehe für wahrheit wenn ich stehe für gottes gnade wenn ich stehe für sein gesetz wenn ich glaube was der weg ist weil der geist der weissagung mir hilft dass ich nicht mich verirre auf diesem see von schiffen die alle durch den wind nach rom getrieben werden als treue wächter werden sie auf sie uns mauern stehen nicht um sünde zu bemänteln nicht um übeltäter zu schmeicheln nicht um sympathie ihre brüder zu erlangen sondern um gottes wohlgefallen zu bekommen und ja die brüder werden sauer sein wir haben ja heute morgen gehört sie haben josef gehast und als er sie dann nachher noch mehr zurecht wiegt haben sie noch mehr gehasst ja wir werden gehasst werden aber solange gott uns nicht hast was sollen wir fürchten sie werden keine einzige silbe der wahrheit unterdrücken die ausgesprochen werden sollten in tadel warnung oder verteidigung der rechte der unterdrückten in irgend jemandens gunst oder einfluss zu gewinnen in einer krise bleiben sie nicht neutral sondern stellen sich unerschütterlich auf die seite von gerechtigkeit und wahrheit mag dieser schritt auch schwierig sein und ihr standpunkt den eigenen wohlstand gefährden und sie um die freundschaft ihre lieben bringen kann passieren aber wir sind gerufen erst die ewigkeit wird offenbarung was den engeln und solchen männern und frauen zu verdanken haben ich weiß nicht ob ihr es wisst aber die welt wäre nicht erst mehr hier wenn bestimmte adventisten nicht gelebt hätten wir haben es ihnen zu verdanken erst wenn wir gottes walten im licht der ewigkeit betrachten werden wir begreifen was wir der fürsorge von eingreifen seiner engel zu verdanken haben himmlische wesen haben aktiven anteil an den angelegenheiten der menschen genommen sie sind in gewändern erschienen die wieder blitz leuchteten in menschen gestalten sind sie gekommen gekleidet wie wanderer sie haben gastfreundschaft irdische heime genossen und verirrten reisigen als führer gedient sie haben die absichten des verderbens vereitelt und den schlag des widersachers abgewährt wenn die herrscher dieser welt ist auch nicht wissen sie haben doch in ihren beratungen vielfach engel das wort geführt ist das ein gedankengespenst hier nein ich denke nicht ich denke es ist die wahrheit wenn ich nicht einen festen glauben hätte dass gott uns hütet mit den engeln würde ich ja nie dieses werk antreten ich hätte ja zehntausend beauftragte die mich nur aufpassen müssten wenn gott gott ist und gott von heute lebt so wie er damals gelebt hat dann vertrauen wir ihm er hat alles im griff der größte held der je unter den menschen gelebt hat wurde in einer krippe geboren an ein kreuz gehängt wurde verworfen verachtet und bis zum heutigen tag verleumdet an den rand geschoben in ein falsches licht gestellt sogar von denen die ihn angeblich dienen wieso soll es nicht heute genauso sein paulus sagt es geht ihm genauso er wuchs auf vor ihm wie ein schossling wie ein wurzelprozess aus dürrem erdreich geschoss gespross was er hatte keine gestalt und keine pracht wir sahen ihn aber sein anblick gefiel uns nicht da war nichts besonderes an jesus und da war nichts wo man sagen muss wow den den müssen wir folgen verachtet war er verlassen von menschen seine endzeit gemeinde wird nicht gerade die beliebte gemeinde sein auf erden aber was lehrt sie als aber das fest schon zur hälfte verflossen war ging jesus in den tempel hinauf und lehrte und die juden verwunderten sich und sprachen woher kennt dieser schriften er hat doch nicht studiert wer sind diese adventisten wir haben doch die großen theologen der welt wer seid ihr und ihr wollt uns was sagen ja wir haben was zu sagen wir haben was zu sagen wahrlich ich sage euch unter denen die von frauen geboren sind ist keiner größer aufgetreten als johannes der täufer doch der kleinste im reich der himmel ist größer als er der war genauso worin bestand die größe johannes des taufers er verschloss sich der masse von traditionen die der lehrer der jüdischen nation vortrugen und öffnete sich der weisheit von oben nicht der kontakt mit den großen männern der nation in jerusalems schulen bereiteten johannes den täufer auf seine hohe berufung als vorläufer christi vor er ging in die wildnis wo menschliche sitten und lehren ihn nicht prägen konnten und wo er ungetrübte gemeinschaft mit gott pflegen konnte wir müssen jeder einzeln wissen warum wir hier sitzen jeder einzelne von uns ihr könnt nicht vertrauen auf dem was ich sage oder was ein theologe sagt oder was was für ein hampelmann zu sagen hat was sagt die bibel was sagt die bibel und wenn wir wissen wollen wenn wir nicht verstehen dann gehen wir zum geist der weissagung denn es ist versprochen diese gemeinschaft für den geist der weissagung haben und wenn wir ihn nicht haben dann ist es nicht die endzeit gemeinde und wenn wir ihn nicht haben wollen dann geht aus ihr hinaus denn dann wollt ihr nicht in der endzeit gemeinde sein fertig so einfach ist es auch christi nachfolger waren dazu berufen schwierigkeiten entbehrungen durchzumachen so wird es auch sein am ende doch ohne sie wäre die gnadenzeit für die welt bereits abgelaufen neben der helden aus biblischer zeit wenn wir reden davon abraham und mose und der reformation luther und calvin haben die advent bewegung auch ihre helden dieser man hier dieser man hier alfonso t jones ja sagen die menschen der ist ja später abtrünnig geworden ja und viele sind abtrünnig geworden aber wenn sie wahrheit gesprochen haben haben sie doch wahrheit gesprochen er kam mit der gerechtigkeit durch glauben lehre und er hatte die wahrheit man hat es abgelehnt und nachher ist er aus der gemeinschaft naja hat sich geändert aber dieser mann wenn der nicht wäre wäre keiner von uns hier nicht einer nicht einer denn genauso wie bei gadesch baner sie hätten eingehen können sie sind aber nicht eingegangen wegen dem unglauben so der antitypus die letzte bewegung auf dem weg zum antitypischen kanon hätten eingehen können aber durch unglauben sie wollten mit ihrer eigenen kraft und ihrer gesetzlichkeit reingehen und die gerechtigkeit christi nicht in anspruch nehmen konnten sie nicht rein gehen aber die welt wäre geendet wenn sie es die botschaft akzeptiert hätten und dieser mann alfonso t jones ganz alleine steht vor dem amerikanischen regierungssitz und sagt ihnen wo es lang geht wo sie ein sonntags gesetz einführen wird und aufgrund seiner argumente wird es aufgehalten und wir haben noch eine chance und kann anzuerleben wenn der nicht wäre dann wäre es schon vorbei gewesen wir müssen nicht vergessen was diese männer getan haben wie sollen wir diese botschaft verkündigen wimmernd oder wie ein posaunen stoß ebenso auch wenn die posaune einen undeutlichen ton gibt wer wird sich zum kampf rüsten rufe aus voller kehle schone nicht erhebe deine stimme wie ein schopernhorn und verkündige meinem volk seine übertretungen und dem haus jakob seine sünde das ist eine gewaltige botschaft wir können nicht sagen entschuldige dass ich adventist bin ich bin ja so leid dass ich sagen musste dass wir glauben dass der papst ist der antichrist ich weiß die kirche hat sich sicher geändert hallo haben wir eine botschaft oder haben wir keine botschaft und wenn wir eine botschaft haben dann müssen wir auch stehen für diese botschaft wenn wir unsere stimme dämpfen wird die advent bewegung einfach zu einer kirche unter vielen vielleicht zu einem brückenbauer der sie alle verbindet und wie leim aneinander zieht und wir in einer wunderbaren ekumene ohne christus endgültig oder einen runtergeschraubten christus alle glücklich zusammenleben können nein ohne christus kann ich nicht leben denn er ist der weg die wahrheit und das leben entweder christus ist dabei in vollem sinne oder ich bin nicht dabei im vollen sinne ich weiß nicht wie es euch geht das können wir nicht machen keine kompromisse keine geistliche impotenz schrieb solange der große kampf von den druckpresse kam hätte er mehr als jenes anderes buch gefördert werden sollen das ist mir gezeigt worden das buch das hinausgehen sollte tat es nicht und die männer die sich dafür einsetzen sollten redet es in den buchempfergelisten aus was immer ich sagte war wie auf felsboden geschüttetes wasser so spricht der herr ich werde diese falsche unehrliche vorgehen richten das buch muss raus das ist die adventbotschaft jede person müsste den großen kampf lesen glücklicherweise geht er jetzt raus aber einige haben sich entschlossen sie werden ihn reduzieren auf die größe einer briefmarke dass man überhaupt gar nichts mehr da drin lesen kann und dann wird das buch sagen wir warnen gegen das mahlzeichen des tieres und wir warnen gegen das bild des tieres aber es wird nicht definiert wer das tier ist was das mahlzeichen ist und es wird auch nicht definiert was das bild des tieres ist das ist wie um zu den menschen zu sagen geht aus babylon raus hallo wer ist babylon wie soll die arme person wissen wo sie rauskommen muss wenn ich ihnen nicht ganz klar sage hör mal komm ich erkläre dir mal was babylon im biblischen sinn ist wenn wir keine klare botschaft geben dann können wir es genauso gut vergessen und von wegen stottern wenn diese fragen kommen das ist unsere botschaft ich weiß es bringt zum schwitzen es ist nicht immer leicht aber wenn wir gott an unserer seite haben wer kann gegen uns sein ja komm wir setzen uns mal hin und wir studieren mal die bibel zusammen komm ich schaue jetzt zeigen euch mal wer ist das tier können wir gehen nach daniel 7 das was die reformatoren geglaubt haben dass das bibelstudium meines das was es ist und wer ist denn das ja komm wir tun mal ein bibelstudium ist das so schwierig und wenn man nicht den mund hat weil man es nicht kann oder was auch immer jeder kann eine dvd nehmen und sagen weil hier schau dir mal das an dann kannst du es vielleicht verstehen das ist unsere aufgabe und wieso sollen wir das unterdrücken wenn dieses werk doch in die welt gehen muss gott hat doch das werk am gange gesetzt sollen wir jetzt mit einem wimmern es ändern dieses werk darf nicht aufgehalten werden sie werden zur verantwortung gerufen werden wenn sie es aufhalten die glanzzeit des papstum war für die welt eine zeit tieferer finsternis ich gehe nicht das ganze zitat lesen vom großen kampf das papstum ist im großen kampf der antichrist er ist in der reformation der antichrist er ist in der bibel der antichrist er bleibt der antichrist ich habe nichts gegen katholiken ich war selber einer martin luther war einer ein großer held von mir habt ihr sicher noch nicht gemerkt es hat gar nichts damit zu tun es hat mit lehre zu tun jahrhundert lang machte europa in wissenschaft kultur und zivilisation keine fortschritte warum weil die bibel nicht da waren als die bibel wieder ans licht kam naja dann ging es wieder vorsicht der letzte große konflikt wird kurz aber furchtbar sein die letzte warnungen müssen die welt erreichen die darstellungen der wahrheit hat momentan eine besondere macht doch wie lange noch kurz nur wenn es je eine krise gab dann jetzt wir sollten alles tun um den leuten die botschaft für diese zeit deutlich vor augen zu stellen um kirchen aufzubauen worin geschrien und getanzt wird das wird es nicht bringen das wird es entertainment aber das ist keine botschaft rom hat sich nicht gewandelt und wird gottes volk erneut verfolgen nicht denken dass rom sich gewandelt hat fragt sie habt ihr eure lehre über maria geändert nein habt ihr eure lehre über den sabbat geändert nein habt ihr eure lehre über die vermittlung der kirche mit mit der gottheit geändert nein habt ihr eure lehre über die eucharistie geändert nein dann seid ihr antichrist tut mir leid und da können wir in wieviel ekumenischen rätten sitzen bleibt der antichrist die verfolgung der protestanten durch die römisch katholische kirche die den glauben jesu christi fast ausgeloscht hat wird sich noch steigern wenn der protestantismus und papstum sich zusammentun hier kommt was hier kommt was ich möchte nicht dass die protestanten verloren gehen ich möchte nicht dass die katholiken verloren gehen da könnte ich mich ja auf meinen heiligen adventistischen stuhl sitzen und zuschauen wie sie krepieren ist das richtig oder nicht denn ich bin ja schon adventist kann mich ja hinsetzen und mich ausruhen und was von denen wenn sie nicht wissen wo sie hingehen müssen dann sind sie verloren am ende also liebe protestanten diese gemeinschaft also liebe katholiken da draußen in der welt diese gemeinschaft hat eine botschaft zurück zur bibel zurück zur christi gerechtigkeit alleine und zurück zur gehorsamkeit zu ihm und niemand anderem und das ist der einzigste weg es ist der biblische weg und ob wir es mögen oder nicht jeder muss es hören jeder muss es hören der feind gottes hat tausende getarmte geschütze die er auf gottes treues gebote haltendes volk abfeuert es wird nicht einfach sein aber was für eine gelegenheit wer sein gedächtnis auffrischen und die wahrheit lerne will sollte die geschichte der frühen christen zu pfingsten und danach studieren lest die apostelgeschichte gründlich wir müssen uns wieder neu zeigen was unsere aufgabe ist manche werden ins gefängnis kommen weil sie sich weigern den sabbat des herrn zu entweihen es wird kommen viele werden ins gefängnis gesteckt werden viele aus städten und großstädten um ihr leben fliehen es wird kommen es wird kommen die verfolgung schweißt gottes volk zusammen und hier ist die gute nachricht wir sind augenblicklich wie hat der man das so schön gesagt ich kenne es nur die kämpfende gemeinde nicht die triumphierende gemeinde augenblicklich ist es durcheinander augenblicklich sieht es aus als ob hier alles drunter und drüber gibt darum trennen sich menschen und machen reform gemeinde und dies gemeinde und das gemeinde kommt zurück kommt zurück kommt zurück hier hier ist der kampf hier in dieser gemeinde wenn der sturm der verfolgung wirklich über uns herein bricht werden die wahren gläubigen die stimme ihres guten hirten hören selbstlos werden sie sich bemühen die verlorenen zu retten und viele die von der herde weg geirrt sind werden zurückkommen und christus den guten hirten folgen es wird passieren seit der verfolgung aufgehört sind männer in unsere reihen gedriftet die aufrichtig und zweifellos christlich erscheinen die uns aber verlassen würden sollte es erneut zur verfolgung kommen im gegenteil sie werden die größten verfolger der brüder sein gerade menschen aus unseren eigenen reihen vielen ergreifen die wahrheit nur mit den fingerspitzen sie hatten großes licht und viele vorrechte in dieser hinsicht wurden sie für kapernium bis zum himmel erhöht in der vor uns liegenden zeit des prüfens und proben werden sie abfallen es sei denn sie legen ihren stolz und ihr selbstvertrauen ab und erleben eine völlige umwandlung ihres charakters wir sind in einer schlimmen zeit der kampf ist nicht nur nach draußen der kampf ist hier im inneren da ist der größte kampf und in der gemeinde das was unser werk ausmacht soll unverändert bleiben es soll so klar und deutlich dastehen wie die prophetie es hervorgebracht hat wir dürfen nichts ändern an dieser botschaft von uns wenn der heilige geist sie von kindheit geführt hat dann ist das was er da bestätigt hat genauso gültig heute und die zeit des erquickung wird kommen mit großer sehnsucht freue ich mich auf den tag wenn sich die ereignisse zu pfingsten mit noch größerer kraft wiederholen werden danach sah ich einen anderen engel erniederfahren von himmel der hatte große machten und die erde wurde erleuchtet von seinem glanz dann werden die menschen wie zu pfingsten die wahrheit hören jeder in seiner eigenen sprache wir haben gesehen dass die gesetze die der könig des nordens in die welt hineinbringen wird genau diesen punkt erreichen werden und wir stehen ganz nahe dran das ist ein aufruf den ich mache zurück zur wahrheit das große werk des evangeliums wird mit keiner geringeren offenbarung der macht gottes schließen als was am anfang da war zu pfingsten es wird gewaltig sein diener gottes mit leuchtenden und heiligen eifer werden von haus zu haus gehen sie werden diese botschaft bringen diese botschaft kommt von dieser gemeinschaft es ist die einzigste die prophetisch die antitypische elia botschaft tragen kann es ist die elia botschaft wir sind nicht sonderlich wir sind nicht großartig wir sind hoffnungslos aber die botschaft ist großartig aber als mitarbeiter ermahnen wir euch die gnade gottes nicht vergeblich zu empfangen wir sind so weit gekommen wollen wir es jetzt aufhören aufgeben so lasst uns nun mit freimütigkeit heranzeiten zum thron der gnade damit wir barmherzigkeit erlangen und gnade finden zu rechtzeitiger hilfe darum umgürtet die lände eurer gesinnen seit nüchtern und setzt eure hoffnung ganz auf die gnade die euch zuteil wird in der offenbarung jesus christus und damit ist mein aufruf an die welt und der letzten elia bewegung eigentlich vollendet das ist die botschaft die die welt hören muss möge der herr uns segnen um nicht den kopf in den sand zu stecken sondern mit einem lauten ruf die welt zu warnen kommen wir beten lieber heiland du hast eine elia botschaft in die welt gelegt und diese elia botschaft ist eine trennende botschaft eine botschaft die uns aus die welt heraus rückt uns aus falschen leeren raus zieht uns ein neues herz gibt wieder zum gehorsam bringt das buch wieder nummer eins macht den propheten folgen hilfe uns herr um nicht diese wahrheit zu verlassen und in den sand liegen zu lassen sondern sie mit einem lauten ruf an eine welt verkündigen diese so notwendig nötig hat wir danken dir in deinem heiligen namen amen sie keine nicht so sie 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 sie